Und unter uns, oder? Ja, dort oder das äußere Gebäude. Welches äußere meinst du? Das ist die Frage. Ja, gehen wir zur Stadt kommen. Ich bin jetzt da bei der Siedlung runter. Ich bin so eine Autowerkstatt. Hey, wir sind sogar drin. Du bist südlich der Stadt, ich bin nördlich der Stadt. Wir sind beide im Zielgebiet. Ich bin so in der Hosenbezirkssiedlung. Du bist nördlich, oder was? Ja. Du bist südlich der Stadt. Bei mir nicht so weit weg sind wir noch vor ins Spiel heruntergekommen. Ich laufe auf jeden Fall ins Licht heruntergekommen. Okay, pass aber auf dich auf, ja. Bei mir nicht so weit weg sind. bei mir ist es auch verdächtig ruhig ich habe keine Schüsse, ich habe gar nichts obwohl ich weiß dass vorhin ein Spieler runtergekommen ist hier auf der Ecke nur halt im anderen Gebiet die AR lasse ich jetzt mal da ich bin jetzt etwa nordwestlich jetzt lang aus dem Frontier also theoretisch bin ich super ausgerüstet ich habe 420 Schuss für die AK und Shotgun habe ich nicht so viel Shotgun habe ich 66 ich habe 12 Schuss AK habe ich 30 mit dem Sportermund also hier gibt es anscheinend ziemlich viel AK Munition hier in dem Gebiet da wo ich bin halt Shotgun da wo ich bin halt Shotgun ja dann ist es genau umgekehrt da wo ich bin halt Ist bei dir irgendwas los oder ist es... Oh, da ist die Tür offen. Hier ist wo der Hose. Hier eigentlich auch, aber hier ist die Tür offen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich sehe dich jetzt sogar auf der Map, also im Spiel. Du bist nicht mehr so weit weg von mir. Hier war ein Spieler. Zwei Türen sind aber offen. Jetzt gehe ich mal oben rauf, mal schauen, ob da noch was ist. Shotgun-Money. Ne, der war hier. Der ist nicht mehr hier. Siehst du mich jetzt auch? Also pass auf, hier könnte irgendwo noch ein Spieler sein. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Der hat auch eine Karre gefunden und ist schon abgehauen. Oh, ich höre was. Hört sich nach einem Quad an. Ja, Quad kommt hergefahren. Er ist, glaube ich, vorbeigefahren an mir. Der ist an der Stadt vorbeigefahren oder nicht? Ist das Siedlung? Weiß. Einer, 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 einer. Also ich habe nur einen gehört. Wie viel Spiel das ist, wann weiß ich nicht. Ich hatte keinen Sichtkontakt. Ich bin ganz in deiner Nähe, gell? Ich bin jetzt bei dir im Haus. Also vorm Haus, was heißt das? Gehen wir rein? Ja, ja, ich wollte noch schnell meine Shotgun ausrüsten. Schüsse. Das erste Mal, dass hier Schüsse fallen. Jetzt haben wir uns immerhin schon mal gefunden. Du bist quer durch die Stadt und es ist nichts passiert. Wir sind immer noch ziemlich zentral. Das ist schon mal gut. Ja. Ich habe einen großen Rucksack, ne? Ich muss ja nicht den Helm auf. Ja. Ja. Ich sehe es jetzt schon komisch. Wir haben Munition gesammelt ohne Ende und wir werden wahrscheinlich nicht mehr einen einzigen Schuss abgeben. Alles okay bei dir? Ja, ja. Bis Daniel. Ich gehe weiter. Schuss. Na, das war ich schuldig. Ich habe einen Pfeil im Boden. Oh, Alter. Da klang nämlich ziemlich nahe, wie er eingeschlagen ist, ey. Auto. Hier in dem Haus war ja jemand. Auto fährt bei dir irgendwo vorbei. Ist weiter gefahren. Schüsse, oder? Schüsse, aber weiter weg, glaube ich. Aber hier war ein Spieler drin. Und hier fehlt nämlich Munition. Waffen ohne Munition liegen wir auch rum. Hinten ist ein Abwurf. Alter, was war das? Ich habe keine Ahnung. Explodiert irgendwo was. Ich komme rüber zu dir. Ich hoffe, da ist ein Durchgang. Scheiße. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Die sind immer noch gut in der Mitte. Ich habe hier ein Auto, glaube ich. Ja, das ist ein Auto. Boah, Schüsse auf mich! Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Granate auf mich. Ne, ich nimmer auf der Karte. Also, unten bist du. Ah, Schüsse auf mich. Ich bin da noch ein Problem, hat er noch. Das gibt es doch nie. Bist du tot? Ja. Er kommt zu dir. Was soll er kommen? Das gibt es doch nicht, oder? So ein blöder... Ich fasse es einfach nicht. Warum? Wir zielen voll drauf und nichts passiert. Na, ich habe zum Teil wirklich daneben geschossen. Es ist ja nicht so wie Battlefield, Alter, wo du einfach nur so draufrotzen kannst. Ey, da wird getroffen bis bis halt hin. Ah, Mann, ey. Bist du im Menü? Jo. So ein Scheiß. Ich habe ja gesagt, tausend Schuss gesammelt und... Mit wundert Verballer, du wichst getroffen, oder? Das ist so in etwa. Und los geht's. Ah, hier ist ein Feind. Wo bist du denn, ey? Hinter dir oder vor mir? Du bist gerade an mir vorbeigeflogen. Ich mache ganz scharfe Kurve nach hinten und gehe zu der kleinen... Nee, da landet einer. Wohin denn jetzt? Ach, zu derer Stadt links. Scheiße. Da sind aber auch etliche Runde. Das ist doch scheiße. Rechts, ein wenig rechts zu denen er heute... Aber das sind auch welche. Das ist scheißegal, wo wir landen haben. Okay. Du bist sogar neben mir gelandet. Ich dachte, ich lande jetzt irgendwo am Arsch der Welt. Oh, und sind aber auch einige Runde, okay? Ja, ich geh jetzt... Ja. Ich weiß auch nicht, wo ich hingehen soll. Ich geh jetzt mal rechts zu hinten. War noch einmal ein Gebäude. Ein größeres. Das sind aber Spielerrunden, gell? Wir machen langsam. Weiß nicht, ob da welche Runde gekommen sind auf der Seite. Ja, doch. Und hört Schüsse. Wir haben halt gar nichts, ne? Das ist halt richtig scheiße. Okay. Und wir gehen über den Fluss, da drüben sind auch noch Häuser. Ja, das sind aber auch etliche Runde gekommen, ne? Da weiß ich es auf jeden Fall. Okay, scheiß drauf. Scheiße, von rechts kommt ein Auto. Wir müssen eigentlich nach Norden, ne? Wir brauchen erst einmal Waffe. Ja, ist schon klar. Aber ich sag mal, wir müssen da noch Norden. Ist ja ein Quatsch. Wie hieß der, der Ziegenbauer? Bauer Heinrich oder was, ne? War der Schäferbauer. Ach, der war der Schäferbauer. Heinrich. Auto. Schnell ich ab, den Wichser. Wohin müssen wir? Nach Norden. Das bringt uns nichts. Wir haben ja nichts. Ja, Waffe haben wir ja. Ein Fahrzeug wäre mir lieber. Okay, für meine Verhältnisse, bin ich full gekürzt. Ja, dann hopp, okay. Wollen haben wir ständig Autos gekriegt, ne? Ja, wäre einfach Glück, würde ich jetzt überhaupt behaupten. Wir müssen dann Nordwestlich, äh, Nordöstlich. Erst für die Brücke nördlich und dann rechts rüberwärts. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen weit nach links gelaufen. Wir müssen rechts rüber irgendwie. Wir müssen mehr oder weniger wieder rein in die Stadt. Hier liegt ein Helm und ein Rucksack. Sonst nichts Brauchbares. Ein Fahrzeug. Wohin müssen wir denn? Ich habe den Überblick verloren. Nordöstlich. Ost, Nordost. So auf 75 Grad. Ja, sag Quart. Wo denn? Ja, wo ich bin. Ja, dann satteln wir schnell auf. Ich fahr mal rein in die scheiß Bude. Also wohin? Nordost. Äh, was weiß ich. Fahr Richtung Nordost einfach. Ost, Nordost. Ost, Nordost. 75 Grad. Ich sitze verkehrt rum. Ich kann es schlecht deuten. Weiter, 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 weiter. Einfach Vollgas. Und dann langsam. Ja, fahr einfach geradeaus weiter. Wir fahren jetzt voll ins Zentrum jetzt rein. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal drin. Oh Gott, mir wird es schlecht, ey. Ich glaube, da hat jemand auch einen Quad angeschmissen. Oh, also es war ein Soundbuck gerade. Immer weiter Quad aus. Ja. Theoretisch bis zum Fluss. Dann sind wir ziemlich zentral. Schüsse, aber nicht auf uns. Glaube ich. Kannst ruhig ein bisschen weiter nach links. Das ist doof, wenn du nicht siehst, ey. Ja, ja, wir sind schon lange drin. Wir können jetzt, wenn du willst, so langsam nach Orten gucken, wo wir lupen könnten. Wir sind ziemlich sicher drin. Auch für die nächste Zone müssen wir, denke ich, auch gedeckelt sein. Wir sind ziemlich weit jetzt drin. Sind wir da? Jetzt sind wir da, um zu steigen. Okay. Das Quart kam doch jetzt wieder rufen, oder? Ja. Allerdings. Ziemlich irgendeine Munition mitgenommen, die ich nicht brauche. Das glaube ich, die hier. Ja. Da habe ich schon einen Helm. Oh, habe ich. Oh, habe ich. Ja, sattel mal auf und vorn noch ein Stück weiter, oder? Ja, ich warte hier, okay? Oh Gott, ich hab immer die Quads weit, ey. Okay. Straße entlang, oder? Rechts bis zum Fluss etwa. Und den Fluss folgen Richtung Südosten. Aber dabei den Fluss nicht unbedingt überqueren. Und jetzt einfach nach rechts halten. Den Fluss entlang fahren. Bisschen noch nach rechts, bisschen noch nach rechts, 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 rechts. Okay, wir sind ziemlich in der Mitte. Können uns ein stilles Örtchen suchen. Also nicht in den übertragenen Sinne, aber... Oh, ich muss nicht scheißen. Okay, hier ist nichts weiter. So, jetzt sehe ich nichts. Bisschen nach rechts. So, ist gut. In irgendeinem... Kann man eigentlich hier überbleiben, oder? Da drüben bei den Gebäuden könnte man rüber gehen. Genau. Ja, hier sind wir im Flugfeld, okay. Hier war aber schon einer. Ja, hier war doch noch ein Hammer. Ich glaube, da drüben bei den Fluss... Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Der Fluss ist jetzt so ziemlich die Mitte. Schüsse. Wahrscheinlich unten vom Fluss. Bin mir nicht so sicher. Du bist mit dem Quart. Ja. Bist du oben, ne? Ich bin oben bei der Polizei oder dem Flug-Ding, was das ist. Ich hab das kurz schon mal hergefahren. Ich hab zu schnell flüchten müssen. Ich bin bei dir oben, ne? Oder mal mit dem Fangglas geguckt, aber... Ich bin oben, ne? Ich bin oben, ne? Okay, wir sind gerade noch im Zielbereich. Wir müssen nach Norden etwas. Okay, bin drauf. Nord? Ost? Nee, etwas nördlich einfach nur. Nordwestlich eher mehr. Aber du fährst perfekt, du fährst perfekt. Wir sind gleich in der Mitte. Okay, wir sind mittig. Wir sind genau mittig. Bin abgestiegen. Auto kommt. Wo? Von vorne vom Zelt. Ja, ich seh's, ich seh's. Habe's gesehen. Das ist, glaube ich, Richtung R4 gefahren. Zumindest in die Richtung. Wir sind ziemlich in der Mitte. Das ist jetzt auf Südöstlich. 150. Richtung R4. Der ist jetzt runter Richtung Wasser wieder gefahren. Noch neun Spieler. Sechs Teams. Auto fährt jetzt beim Fluss. Östlich 105. Pferden Berg hoch. Seh nicht mehr. Doch, jetzt seh's noch mal kurz. Ich hab's auch kurz gesehen. Schüsse. 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 Zwei Spieler anscheinend. Kriegen sich. Auto fährt wieder hoch Richtung Süden. Wahrscheinlich dasselbige. Es ist jetzt im Berg verschwunden. Boah, Alter. Wir sind hier voll im Zentrum. Nur noch acht Spieler. Einer ist mit einem Scharfschützengewehr erschossen worden. Siehst du das? Also es gibt Scharfschützengewehre. Wahrscheinlich aber echt selten. Wahrscheinlich echt ne Rarität. Wider Schuss. Wider Scharfschützengewehr. Nochmal. Wir können das Ding jetzt gewinnen, Mann. Ich hab's im Urin. Wir können's gewinnen. Ein Auto von links irgendwo. Fährt direkt auf uns zu. Scheiße, scheiße, scheiße. Hätte ich gesehen. Nee, noch nicht. Aber ist voll gegen einen Baum gefahren. Fährt weiter. Ist beim Zelt. Das Auto ist fast Schrott. Es raucht schon. Ich hab's verloren. Unten bei den Steinen sind zwei Spieler. Bei Norton. 15 Norton. Ich glaub, die haben uns gesehen, Marco. Sind es die? Ich denk, die haben uns gesehen. Das heißt, es sind nur noch zwei weitere Spiele. Hinter uns ist irgendwo ein Scharfschützer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Obwohl, die hüpfen da unten rum. Ich weiß nicht, ob sie uns gesehen haben. Ich glaub nicht. Scharfschützengewehr. Nur noch fünf. Ein Spieler ist noch hinter uns. Was? Achtung, netter Schrecken. Ich versteck dich. Machst du das grad? Ablenkungsmanöver. Ja, du hast es voll im Baum geflasht. Hinter uns ist irgendwo ein Scharfschützer. Richtung Südwest 210. Drei Spieler vor uns. Mehr sind es nicht. Und ein Team, wir ein Team unter einzelne Spieler. Ja, und die anderen hüpfen da unten am Stein rum. Auto hinter uns. Ist wieder der gelbe. Ne, das ist der rote. Ja doch, ne, der ist gelb. Okay, wir sind die Letzten. Rechts ist einer und vor uns. Wir wissen, wo alle Spieler sind. Das ist unser Vorteil. Er schießt auf dich. Wer beschossen. Bleib in der Deckung. Noch haben wir einen Vorteil. Wir sind unter, also beim Stein. Ja. Die sind voll auf meinen Baum. Aber jetzt warten wir mal. Unten ist der Scharfschütze vielleicht... Vielleicht hilft er uns. Obwohl, der wird jetzt auch beschossen, der Scharfschütze. Hä? Der hat mir einen Headshot verpasst. Der hat mir einen Headshot verpasst. Mir auch. Platz 3. Ich muss jetzt erst eine rauchen. Ja, da machen wir hier einen Folgenpäuschen oder einen Cut. Mal gucken, wie lange die Folge geht. Und dann sind wir uns in der nächsten Folge wieder zu Heinz Z1. Bis dann. Auf jeden Fall gibt es Scharfschütze und Gewehre. Genau. Bis gleich. Nein, nein, nein. Den Sieg vor Augen gehabt und dann doch versagt. Wir waren unter den letzten fünf zu zweit. Das heißt, nur drei andere Spieler waren noch auf dem Feld. Also wir hätten das Ding rocken können. Als Teamplatzierung haben wir Platz 3 erreicht. Als Spielerplatzierung leider nur 5 und 4. Aber, ja, scheiße. Also mich ärgert es immer noch. Also ich hoffe, das wird in den nächsten Folgen dann besser. Und wir werden uns da etwas besser reinhängen können. Das Scharfschütze und Gewehr gibt es, wie wir gesehen haben. Was wir nicht gesehen haben. An diesen Abwurfstellen. Scheiße war es, dass wir Kanz gekriegt haben. Hätten wir vielleicht auch eine Chance gehabt. Aber was soll's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Klausi. Tschüss. Tschüss.